Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hedman Software. Jeder weiß, dass Kabel benötigt werden, um ein Signal von einem beliebigen Gerät an einen Bildschirm zu übertragen, egal ob es sich um einen Monitor oder einen Fernseher handelt. In diesem Video spreche ich über die gängigsten Verbindungsschnittstellen und erkläre ihre Vor- und Nachteile im Detail. Freunde, wenn Sie geloschte Daten wiederherstellen oder einen geloschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hedman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Versplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Die erste und älteste ist Vega de Saab. Vega de Saab ist einer der beliebtesten Anschlüsse in der Geschichte der Digitaltechnik. Dieser Standard wurde in elektronischen Geräten verwendet, die bereits von 30 Jahren auf den Markt kamen und ist auch heute noch im Gebrauch. Dieser Anschluss wird zwar nicht mehr als progressiv bezeichnet, ist aber immer noch leicht in verschiedenen Monitoren, Grafikkarten und anderen elektronischen Geräten zu finden. Was ist Vega gibt es einen Unterschied zu de Saab. De Saab ist der Name einer Familie von Anschlüssen, die zwei oder mehr parallele Reihen von Kontakten oder Burschen halten, die normalerweise von einer Metallabschirung in Form eines lateinischen D umgeben sind. Daher auch ihr Name. Und der Stecker, den wir als Vega Verbindungsstelle kennen, ist nur eine Art von De Saab-Stecker, nämlich der, der E 15, der 15 Stifte hat, die in drei Reihen in einem E-förmigen Schild angefordert sind. Was kann über den Vega Anschluss angeschlossen werden? Vega gilt heute nicht mehr als der am meisten verarbeitete Anschluss für Technik. Aber im Laufe der Jahre haben verschiedene Geräte diesen Standard übernommen. So ist diese Schnittstelle beispielsweise in bestimmten Modellen von LCD und das Massenfernsehen von Handel. Auch individuell wird sie häufig eingesetzt. Besonders verbreitet ist der Vega Anschluss jedoch bei Katholidemmonitoren. Fast alle Röhrenmonitore waren mit dieser Schnittstelle für den Anschluss an Signalquellen ausgestattet. Auch frühe Modelle von LCD-Bildschirmen verfügen über diesen Standard, der nach und nach durch DVI und HDMI ersetzt wurde. Vor- und Nachteile der Vega-Schnittstelle. Wichtigste Vorteile. Eine große Anzahl von Geräten, die seit über 30 Jahren hergestellt werden. Ein breites Angebot an verschiedenen Adaptionen, ideal für GPT-Monitore, Glass und analoge Signature-Übertragung. Die einzige analoge Schnittstelle, die wieder in höherer Auflösung übertragen kann. Dachteile des Steckers. Es gibt keine Möglichkeit der rechtzeitigen Übertragung von Video- und Audiosignalen, nur Video wird übertragen. Die offiziell angegebene maximale Auflösung beträgt 1280x1024. Es kann zu Problemen bei der Darstellung eines Bildschirms auf einem FHD-Display kommen. Bei Verwendung eines mittelswertigen Kabels kann es zu Interferenzen kommen. Nicht sehr geeignet für den Anschluss digitaler Geräte. Lassen Sie uns nun über den beliebten Anschluss sprechen, der als DVI-Ausgang bekannt ist. 1999 wurde der DE-15-WGA Anschluss nach und nach durch sein digitales Äquivalent, DVI, Digital Visual Interface, ersetzt. DVI wurde für die Übertragung von qualitativ hochwertigen Bildern, Videos, an verschiedenen digitalen Geräten entwickelt. In der Regel handelt es sich dabei um Projektoren, Monitore und Fernsehgeräte. Erdensee von DVI-Ausgängen Der Benutzer kann mit mehreren Erden von DVI-Ausgängen arbeiten. Darunter DVI-A, E-Analog, nur analoge Übertragung, DVI-I, E-I integriert, kombiniert, analoge und digitale Übertragung. Die digitale Übertragung kann im Dual-Modus erfolgen. DVI-D, die Digital, nur digitale Übertragung. Einzel- oder Dual-Modus, Kompetibilität. Videokarten, die nur über einen analogen DVI-A-Anschluss verfügen, unterstützen keine Monitore, die dem digitalen DVI-D-Standard entsprechen. Wenn der Monitor nicht über einen analogen Kommunikationskanal verfügt und das Kabel keinen digitalen Kanal hat, können sie kein Bild empfangen, selbst wenn sie einen Adapter verwendet. Diese Situation ist vergleichbar mit dem Anschluss eines modernen Transäens an den VGA-Anschluss eines alten Computers. Um das analoge DVI-Signal in das digitale DVI-D-Format umzuwandeln, können sie spezielle Konverter verwenden. Eine Grafikkarte mit einem DVI-A-Anschluss kann an einen DVI-D-Monitor angeschlossen, verwendet mit einem Kabel mit zwei DVI-D-Anschlüssen und umgekehrt. Ein DVI-A-Monitor empfängt das Signal über ein DVI-D-Kabel. Es ist möglich, mit einem passiven Adapter von DVI-I und DVI-E-Schnittstellen auf VGA umzuschalten. Solche passiven Adapter sind bei modernen Grafikkarten mit DVI-I-E-Anschluss nicht verfügbar. Als nächstes kommt HDMI. HDMI ist ein Standard für die Übertragung von qualitativ hochwertigen Videos und Audiosignalen zwischen Geräten wie Fernsehen, Monitoren, Projektoren, Computern, Laptops, Spielkonsolen und vielen anderen. Der HDMI-Anschluss bietet eine digitale DVI-Verbindung für mehrere Geräte mit entsprechenden Kabeln. Der Hauptunterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass der HDMI-Anschluss kleiner ist und die Übertragung von digitalen Merckkanal-Audiosignalen unterstützt. HDMI hat analoge Anschlussstandards wie SCERT, BGA, UBB-PR, RCA und S-Videos ersetzt. Es gibt verschiedene Ärzte von HDMI-Kabeln, die für den Anschluss von Geräten an Fernsehergeräte, Monitoren und andere Geräte verwendet werden. Hier sind einige der Haupttypen von HDMI. HDMI-Typ M. Dies ist die häufigste Art von HDMI-Kabel. Es hat 19 Stifte und wird für den Anschluss vieler Geräte wie Fernsehen, Projektoren, Heimkinos usw. verwendet. HDMI-Typ M. Dieser HDMI-Kabel-Typ hat 29 Stifte und wird für höhere Auflösungen und mehr Kanalton verwendet. Er ist weniger verarbeitet als HDMI-Typ E und wird normalerweise im professionellen Audio-Videosystem verwendet. HDMI-Typ C, auch bekannt als Mini-HDMI. Dieser HDMI-Kabel-Typ ist kleiner als HDMI-Typ A und wird für den Anschluss kleine Geräte wie Kameras, Smartphones oder Tablets verwendet. HDMI-Typ D, auch bekannt als Micro-HDMI. Hierbei handelt es sich um ein noch kleineres HDMI-Kabel, das hauptsächlich zum Anschluss von Smartphones, Tablets und einiges Kameras an andere Videogeräte verwendet wird. Darüber hinaus gibt es auch ein HDMI-2,1-Kabel, das höhere Bandbreiten unterstützt und hochauflossende Signale übertragen kann. Anschlusslich 4K und 8K Video, Dorbettnuss und DTS-X-Audio, HDR und mehr. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kompatibilität zwischen den verschiedenen HDMI-Kabeltypen variieren kann. Und für eine optimale Leistung sollten Sie das richtige HDMI-Kabel für Ihr Gerät auswählen. Kompatibilität von HDMI-Typen Verschiedene Erden von HDMI-Kabeln können miteinander Kompatibilität sein und mit Hilfe von Adaptern oder Zwischensteckern angeschlossen verwenden. Wenn Sie beispielsweise ein Gerät mit HDMI-Typ C Mini HDMI besitzen und es an einen Fernseher mit HDMI-Typ A anschließen möchten, können Sie einen Adapter oder ein Adapterkabel von HDMI-Typ C auf HDMI-Typ A verwenden. Wenn Sie ein Gerät mit HDMI-Typ D-Micro HDMI an ein Fernsehergerät mit HDMI-Typ A anschließen möchten, können Sie ebenfalls einen Adapter oder ein Adapterkabel des entsprechenden Typs verwenden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es bei der Verwendung von Adapter oder Adapterkabeln zu Einschränkungen in Bezug auf Funktionen, Auflosung oder Unterstützung bestimmter Funktionen kommen kann, die nur bei Original-HDM-Kabeln eines bestimmten Typs verfügbar sind. Es wird daher empfohlen, direkt kompatible HDMI-Kabel des von Ihren Geräten unterstützenden Typs zu verwenden, um die beste Bild- und Tonqualität zu erzielen. HDMI-Kompatibilität mit anderen Outgängen und Adapter Alle Versionen von HDMI sind über einen Adapter mit der DWA-Schnittstelle kompatibilität. Die DWA-Verbindung übertragt jedoch nur Video ohne Audio. Vor- und Nachteile der HDMI-Schnittstelle Vorteile Möglichkeit der Übertragung von Audio- und Videosignalen über ein einziges Kabel Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit Möglichkeit, verschiedene Geräte miteinander zu verbinden Höhe Bahnbreite Diese Schnittstelle hat praktisch keine Nachteile. Es ist wichtig, die Länge und Wicke des Kabels zu berücksichtigen, da es sonst zu Störungen kommen kann. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie daher diesen Punkt berücksichtigen, um ein qualitativ hochwertiges Bild zu erhalten. Denken Sie daran, dass sowohl die Länge des Kabels als auch seine Qualität die Signalqualität beeinflussen. Wenn das Kabel lang ist, sollte es einen größeren Querschnitt mit Kupferleiter haben. Außerdem sollte ein längeres Kabel einen größeren Durchmesser haben. Bei einer Kabellenke von 2 Metern beträgt die Dicke beispielsweise 8 mm bei 15 und 20 Metern 9 bzw. 10 mm, wenn diese Momente und eine verbesserte Isolierung beachtet werden, kann das Signalverlust frei übertragen werden. DisplayPort DP DisplayPort DP ist eine der modernen Schnittstellen, die für hochwertige Video- und Audioverbindungen entwickelt wurden. Diese Schnittstelle wird am häufigsten für den Anschluss von Computergeräten, am HM-Kinos und verschiedenen Bildschirmen verwendet. Bei ihr können Sie digitale Inhalte von Ihrer Quelle an Geräten von Berlin anbieten in der höchsten Auflösung von bis zu 8K strümen. DisplayPort wird heute häufig benötigt, um einen PC mit einem modernen Monitor zu verbinden. Auf diese Weise wird ein Computer mit einem HM-Kinosystem verbunden. Darüber hinaus können verschiedene Videogeräte und Soundsysteme über diese Schnittstelle angeschlossen werden. Neben Grafikinhalten können auch Audiosignale an Geräte von Drittanbietern gesendet werden. Es gibt zwei Ärzte von DisplayPort. Der Standard-DisplayPort in Folliergroße ist eine Schnittstelle, die häufig in PCs, Fernsehern und Laptops verwendet wird. Dies ist der heute am häufigsten verwendete Formfaktor. Der DisplayPort ist eine Miniatur-Version dieser Schnittstelle. Dieser Standard ist in tragbaren Geräten, Tablets, Netbooks usw. zu finden. Seine Eigenschaften stellen dem Follformat in nichts nach. Vor- und Nachteile DisplayPort hat die folgenden Vorteile. Einfache und zuverlässige Befestigung der Anschlüsse, sehr geringer Pass an elektromagnetischen Störungen, Es wird eine zuverlässige Datenverlustung verwendet. Flexible Aufteilung der fügbaren Bandbreite zwischen Audio und Videos. Unterstützung von Displays mit der hochmöglichen Auflösung. Gleichigkeit, ein Signal an mehrere Monitore gleichzeitig zu übertragen. Hochgeschwindigkeit hilft Kanal. Nachteile von DisplayPort. Bei sehr hohen Auflösungen und hohen Bildwiderfrequenzen hat dabei eine kürzer maximale Kabellänge als HDMI. Die Zahl der unterstützten Geräte ist noch gering. Kompatibilität von DP mit anderen Schnittstellen. Über andere Schnittstellen kann DP DisplayPort mit Hilfe von Adapter oder Zwischenstecker mit anderen Schnittstellen kompatibel sein. Hier sind ein Beispiel für die DP-Kompatibilität mit anderen Schnittstellen. HDMI 1. Es gibt Adapter oder Adapterkabel, mit denen Sie DP-Geräte an HDMI-Geräte anschließen können. Es ist besonders nützlich, wenn Sie einen Computer oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem Fernseher oder Monitor mit einem HDMI-Aingang anschließen möchten. DVI Es gibt auch Adapter für den Anschluss von DP-Geräten an DVI-Monitore oder Projektoren. Es ist nützlich, wenn Sie einen älteren Monitor oder Projektor mit einem DVI-Anschluss haben und ein Gerät mit einem DP-Ausgang daran anschließen möchten. VGA Obwohl DP nicht direkt mit der VGA-Schnittstelle kompatibel ist, gibt es Adapter, mit denen Sie DP-Geräte an Monitore oder Projektoren mit VGA-Anschluss anschließen können. Bitte beachten Sie, dass ein analoges VGA-Signal einen Konverter benötigt, da der DP ein digitales Signal überträgt. USB-Type C Nur die Faulen reden nicht über USB-Type C und wir haben beschlossen mitzuhalten. Die Hersteller nennen es den neuen Standard für Konnektivität und Datenübertragung. Versuchen wir herauszufinden, ob das wahr ist. USB-Type C ist ein moderner und vielseitiger Verbindungsstandard, der viele Funktionen hat. Dann unter Abwärtskompatibilität. USB-Type C unterstützt Abwärtskompatibilität, was bedeutet, dass Sie Adapter oder Adapter verwenden können, um sich mit verschiedenen Gerätetypen wie USB-A, HDMI, DisplayPort, VGA und anderen zu verbinden. Dies macht USB-Type C vielseitig und einfach, um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. Es gibt Adapter von USB-Type C zu allen anderen bekannten Anschluss-Schnittstellen. Es gibt sogar ganze USB-Type C-Hub, mit denen man ein Gerät mit jeder modernen Schnittstelle an einen PC anschließen kann. Sogar eine Netzwerkschnittstelle. Datenübertragung und Aufladen USB-Type C unterstützt hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten, sodass Sie Dateien schnell zwischen Geräten übertragen können. Darüber hinaus kann USB-Type zum Aufladen von Geräten wie Smartphones, Laptops, Tablets und anderen Geräten verwendet werden, was das Aufladen und die Verwendung eines Kabels für mehrere Geräte erleichtert. Höhe Leistung USB-Type C unterstützt eine hohe Ladeleistung, sodass Sie unterstützte Geräte schnell aufladen können. Es ist besonders nützlich für Laptops und andere leistungsstarke Geräte, die viel Strom zum Laden und Ausführen verschiedenen Aufgaben benötigen. Unterstützung für andere Protokolle USB-Type C kann eine Vielzahl von Daten- und Signalübertragungsprotokollen unterstützen, wie z.B. Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, Audio und mehr. Dadurch können Sie USB-Type C verwenden, um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen und sowohl Video- und Audiosignale als auch Daten zu übertragen. Wenn wir uns nicht zu sehr in den technischen Teil des Themas vertiefen, sondern diese iPhone-Schnittstelle aus der Sicht einer normalen Nutzer betrachten, ist USB-Type C ein echter Durchbruch unter den Verbindungsschnittstellen. Allerdings werden wir seine Vorteile erst etwas später spüren, wenn er auf den von uns verplandeten Geräten weit verbreitet ist. Kompatibilität von WGA, DWI, HDMI, DisplayPort, Typ C miteinander Wenn Ihr Computer oder Laptop nur einen WGA-Anschluss hat, ist es am einfachsten, ihn an einen Fernseher oder Monitor anzuschließen, der ebenfalls diesen Anschluss hat. Ansonsten benötigen Sie Konverter von WGA, auch DWI oder HDMI-Anschlüsse. Es ist wichtig zu wissen, dass Konverter nur in einem richtigen funktionieren, das heißt, Sie konvertieren entweder von WGA zu DWI oder HDMI-Anschluss oder umgekehrt. Wenn Ihr Computer oder Laptop einen DWI-Anschluss hat, was heutzutage sehr selten ist, dann sollten Sie auf den DWI-Typ Ihres Geräts achten. DWI, DWI-D, DWI-I. Sie müssen einen Adapter oder Konverter je nach Typ Ihres Anschlüssen wählen. Das heißt, wenn Sie über DWI sprechen, ist es nur kompetentiert mit analogischen Stellen, die nur WGA ist. DWI-D, DWI-I. Es ist möglich, eine Verbindung zu HDMI über einen Adapter wie Adapter sind recht häufig. Aber wenn Ihr Gerät einen HDMI-Anschluss hat, können Sie es direkt von HDMI auf HDMI anschließen oder mit einem Adapter oder Konverter auf alle anderen Ärzte von Verbindungen. Diese Option ist wahrscheinlich die einfachste, dass es eine ganze Reihe von Adaptern oder Konvertern für HDMI gibt. Theoretisch gilt das Gleiche für DisplayPort, aber aufgrund der geringen Verbreitung dieser Schnittstelle wird es schwieriger sein, Adapter zu finden. Was USB-Typ C betrifft, können Sie jede andere Schnittstelle über einen Hauptproblem los anschließen. Also, heute haben wir etwas über die Ärzte von Verbindungen, die Ärzte von Anschlüssen und die Möglichkeit, sie kompatibel zu machen gelernt. Wir haben die Vor- und Nachnale von älteren und modernen Anschlüssen aufgelistet. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal, Heightman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.